Sooo, ich bin schon wieder bei WS4 Minecraft! Jawoll! Und was ist denn hier mit meinem Hund überhaupt? Da könnt ihr eigentlich auch mal ein wenig aufpassen, ne? Oder was ich meine? Äh, folge mir! Bing! Hab ich jetzt noch so ein Stück Fleisch? Komm, wir machen noch so ein Stückchen Fleisch für dich. Vielleicht tut er ja mal die Tiere ein bisschen beschützen, die anderen Tiere meine ich jetzt. Ich weiß es nicht, ob er es macht. Wir müssen mal schauen. So, jetzt können wir eigentlich schon mal... Wie mache ich das jetzt mit der Erde hier, Mensch? Wie diesen Weg hier, Mensch? Hm, wie mache ich denn das jetzt hier mit diesem Weg, Hundi? Sag doch mal was. Hoch ist ja auch nix, ne? Wenn wir das jetzt ein bisschen diva senken. Jetzt hier ein bisschen diva gehen. Äh, machen wir das jetzt hier. Ich muss auch mal knurren. Pfff! Hm. Oder wenn ich jetzt so halbe bloß nehme, ne? Da kann ich aber auch reinhauen, ne? So halbe Steine. Könnte ich auch mal probieren. Mach mal halbe da. Das wenigstens ein bisschen. Ich hab doch irgendwo halbe gehabt. Ne, wo sind denn die? Hm, hier hab ich aber halbe. Genau, die kann man ja mal nehmen. Kann man jedes Mal ein bisschen reinhauen, äh, weghauen hier, die Erde. Zack, zack, zack. Was ist denn das hier? Samen. Erde. Ähm. Wolle. Glaub ich überhaupt ne Schere? Ne, ich glaub ich hab gar keine Schere, ne? Ne, ich glaub ich hab keine Schere, ne? Ne, ich glaub ich hab keine Schere. So, dann mach ich das hier so. Wo die mal rauskommt, tsch, tsch, tsch. Wenn ich das hier so mach, ist hier doch auch schön, ne? Guck dir mal. Ist da auch mal was schönes. Machen wir das hier so, genau. Gell, Hundi? Komm, wir gucken mal schnell zum, äh, zu die Schafe hier vor. Was sieht's dir jetzt aus? Alles im Laut hier bei euch, okay. Hier müssen wir auch mal an, äh, anfangen zu schlachten. Irgendwann. So eins, zwei, drei, vier. Ja, jetzt passt es. Schau mal, jetzt passt es, mein guter. Perfekt, ne? Jetzt sieht's, wenn's noch was aussehen, fändisch, ne? So ein bisschen mit dem Weg. Das macht ja doch ein bisschen was her, ne? Sag ich mal. So, aber genau, für den Füß musst du aber nicht rumhocken, gell? Sag ich dir gleich, wie's ist. Gelle? Schnuckel, Buckel. Da müssen wir wohl noch ein paar Hühnerstalle bauen und so Zeug. Mal gucken, wie ich das mach hier. So, jetzt haben wir das hier. So, wartet mal, dann machen wir das jetzt hier. Wie machen wir das jetzt hier? Machen wir das noch weg hier. Machen wir das noch weg hier. Machen wir das noch weg hier. Wartet mal. Machen wir das jetzt hier. Moment mal, jetzt können wir ja die Stufe wieder wählen, ne? Oder? So. Zack, 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 genau. Und dann tun wir hier die Erde wegknallen. Zack. Und dann machen wir hier eins wieder hin. Und dann machen wir hier, Moment, wo haben wir die Steine jetzt? Ach, hier da unten sind sie ja. Oh, ein Stein gewascht hier. Meine Güte. Meine Güte. Ich muss auch mal weilen, weil mein Akku bald leer ist vom Handy. Ich hab auch mal die Stop-Order laufen. So hab ich mir das gedacht. Genau. Und dann, äh, machen wir hier weiter. Und dann, wenn wir hier dann sind, machen wir dann so einen kleinen Kiesweg. Ja, genau. So hab ich mir das gedacht. Oh, nee. Jetzt rennst du mal vor den Füßen rum. Komm her, als du mal ein bisschen Fleisch grillen für dich. Dass du mal nicht böse bist. Herrlich, oder? Der arme Hund, ey. Der arme Hund, ey. Ach, jetzt kommt mein Kader auch noch mit, herrlich. Das sind sie alle vereint, die Tiere hier. Haha. Ist das süß, echt. Ist das süß. Aber er lässt sich schlafen, die Katze. Das find ich süß. Find ich echt süß. Wo ist denn jetzt mein Hund? Hundi. Bist du denn jetzt auf dem Loch? Ähm. Hat das jetzt gefressen, oder nicht? Ähm. Ja, was ist denn jetzt mit dir hier? Sag mal. Geht's denn noch, oder was? Ähm. Keine Ahnung, wo das mit dem jetzt ist. Ja, kein Plan, ey. Könnt ihr eigentlich raus hier, oder? Ich mein. Hat das gefressen, oder war das nicht gefressen jetzt? Doch, da hat's glaub ich gefressen, ne? Aber es hat nix angezeigt jetzt, weil ich mal gehauen hab. Denk ich mal. Na, guh her. Oh, was will ich jetzt mit dem Apfel hier, Mensch? Na komm her. Psst. Hallo, ne? Na klar, wir haben Besuch, ne? Hast du schon gesehen? Hm? Dein Schleuch schläft draußen, ne? So, jetzt ist er da lieb in mir, siehste. Das find ich cool. Ha. Die Tür zu machen. Jetzt wird schlau auf der Katze draußen. Oh, das haut sich glaub ich ab. Jetzt hat sie uns gesehen. Jetzt haut sie ab. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Na ja, es egal. Es hat sich ein bisschen ausgeruht bei mir. Es zieht sie weiter wahrscheinlich, ne? Hä? So, jawoll. Ein paar Minuten noch und dann muss ich leider wieder. Aber das geht noch. Das schaffen wir jetzt hier noch ein bisschen. Ein paar Minuten noch. Warte, machen wir ja schon drei hier, ne? Oder? Von den Dingern hier. So, wartet mal. Ähm. Psst. Psst. So. Doch, ich glaub die ist jetzt abgehauen, die Katze. Ich glaub sie ist abgehauen. Ist aufgewacht. Schade, ist aufgewacht. Na ja, kann man ändern. Ah. Gleich. Gleich geht's los, ne? So. Okay. Jetzt haben wir das schon mal ein bisschen her, oder? Wo ist denn jetzt überhaupt meine Türe? Ach hier. Na guck, wie bin ich denn schon da? Na ist ja cool. Dann lassen wir das erstmal so. Oder wir machen ein bisschen vor. Oder nee, wir lassen das hier so und machen dann bis dahin. Das wäre natürlich auch eine Idee. Oder, oder, oder. Ja, wir machen was am dümmsten. Nee, dann machst du auch so einen Weg rein, genau. Gut, so lassen wir das jetzt hier. Dann tue ich die Steine nämlich jetzt hier rein. Ist aber voll, ne? Mein Inventor ist voll, mein Inventor ist voll. Und dann machen wir hier weiter. Oh, wir haben eine Karte, gell? Zockt sich wieder auf das herrschen, ne? Wie gleich fährt das schon? Ich gleich fährt das schon mal. Gleich fährt das schon mal gut. Gleich ist sie weit. So, haben wir hier einen Kies zufällig dabei? Hier, äh, hier ist ein bissl. Pflastersteiner, ne? Ne, warte mal. Hier habe ich, glaub ich, Kies gesehen. Ja, genau. Hier, die 64 Stück. Das dürfte erstmal langen. Akku lang noch? Ja, Akku noch. Okay, es ist perfekt. Genau, jetzt mache ich mir ein bisschen den Weg hier. Der Fein. Pff. Das ist ein verrückter Kader. Da kommt er mal her. Knallst du auf den Tisch drauf, gell? Mit seinen vielen Haaren natürlich. Und dann, ne? Ist es wieder, ne? Das muss ich jetzt weggehauen. Dann ist es wieder sehr, ähm, Haarreich mein Tisch. Ha. Ein verrückter Kader. Ist ein wenig warm, weißt? Obwohl so warm ist er ja gar nicht hausen. So, dann machen wir das so. So. Genau. Den Kies tun wir jetzt hier her. Ich finde, so schaut das ganz gut aus. Wenn wir die Abzweige so ein bisschen, ähm, markieren. Hier werde ich vielleicht irgendwann auch mal einen größeren Weg hin bauen. Nach unten. Dass wir halt immer diese, diese Kieswege machen wir halt immer zu diesen Türen halt hin, ne? Würde ich sagen. Jetzt muss ich aber hier zwei Kieswege machen, oder? Hm. Ja, dann machen wir hier zwei Kieswege hin. Genau. So. Genau. Genau. Zack. Und dann, äh, ja. Zack. Auf jeden Fall jetzt sieht das viel schöner aus. Wär ich vielleicht im Offline-Modus oder im Stream vielleicht. Wär ich mal ein bisschen Holz fällen und ein bisschen die Zäune machen, ne? Oder so. Das könnte ich machen. Hier mal ein bisschen vorankommen, sag ich mal. So, ne? Das sieht doch schon viel schöner aus, wenn wir so ein bisschen einen kleinen Grund haben, ne? Sag ich mal. So, warte mal. Hier ist der Weg da. Da ist der Weg. Ne, ist der Weg ein wenig Buggy, ne? Hier. Ist der Weg ein wenig Buggy. Warte mal, da müssen wir hier ein wenig Erde aufschütten. Würde ich sagen. Hier ein bisschen Erde rein, oder? Wie sieht denn das denn aus? Nee, ist auch nix, oder? Warte mal. Ich muss jetzt diese wegmachen. So, und dann das hier wegmachen. Dann zack und zack. Ha, blöd ist bloß, dass du von diesen Kies bloß, ähm, dass du da nicht, äh, Lüfte machen kannst, ne? So, das finde ich mal blöd. So, ne, das sieht kacke, oder? Ne, da muss ich hier ins Tiefer setzen. Das sieht hier nicht schön aus. Hier muss ich ins Tiefer. Hier vielleicht. So vielleicht. Und wie sieht das jetzt aus? Ne, das sieht kacke aus, oder? Ne, das ist, ähm, falsch gewesen. Warte mal. Ah, ne. Ja, da muss ich wieder rein. Klatsch. Machen wir das hier noch weg, hier. Und das noch hier unten. Und dann so. Und dann schaut das schon besser aus, oder? Ja, zumindest ein bisschen besser. Hm, ein bisschen besser zumindest. Gehst du hier noch ein wenig Erde hinknallen? Und hier noch ein wenig Erde hinknallen? Das sieht jetzt ein bisschen einheitlich aus. So ein bisschen zumindest. Hm, ja, so ist es ein wenig besser, glaube ich. Okay, so lassen wir es. Einigermaßen. Zum einen Test. Hm. Okay, dann machen wir hier vorne noch einen Weg. Wo ist jetzt der andere Stall? Da vorne ist er ja. Jawohl, dann machen wir hier noch einen Weg her. Schwupp. Zack. So, jawohl. Okay, hier die Wunde sind doch alle parat, oder was? Ach, guck mal, jetzt ist sogar eine Sau drin. Frag mich, wie die Sau hier reinkommt. Das ist echt eine gute Fahrt. Also das muss irgendwie hier... Ups. Irgendwie hier... Buggy sein. Oder so. Keine Ahnung. Also hier habe ich wahrscheinlich schon mal alles... ...vertreten hier drinnen. Wie es scheint. Ne? Und da hast du echt alles hier vertreten. So, hier haben wir auch eins Diva. Genau. So, zack, zack, zack. Schön, jawohl. Da haben wir jetzt nicht wenigstens einigermaßen einen guten Weg. So, und dann wäre ich mich mal, wenn ich jetzt hier dann... ...Zäune drum herum baue. Äh, obwohl hier brauchen wir doch keine Zäune, oder? Ach, Kundil. Was ist denn hier los? Geht ja gar net, ey. Mensch. Hier hat doch ein Schaf gestorben. Mann, 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 ne? Pff. Ha, ha. Ich muss mal gucken, wie weit war denn da Zaud überhaupt? Gucken wir mal schnell, wie weit wir hier mit dem Zaun waren. Weil wir haben jetzt hier einen geilen Weg gemacht. Das finde ich cool. Also hier würde ich schon dann in den Zaun hin bauen wollen. Ach, hier. Und da oben waren wir fertig mit unserem Zaun, oder was? Jetzt müssen wir gucken. Das Bild ist jetzt hier mit diesen... ...Zaun drum herum hier, ne? Alles klar. Ja. Ja, alles klar. Wir machen vielleicht hier auch einen Zaun drum herum, wa? Ja. Das machen wir in den Zaun drum herum. Ja. Aber du brauchst viel Zaun. Das ist Eiche, ne? Da muss ich viel Eiche anpflanzen. Das machen wir aber. Das kriegen wir hin. Ich guck mal, ob hier der ganze Zaunchen fertig war. Und ansonsten ist das ja okay. Ach ja. Hier haben wir dieses... Dieses Zeug fertig. Jawohl. Na, alles klar. Schmusekater. Hm? Schmusekater. Ja, ich glaub, hier sind wir mit dem kompletten Zaun fertig, gell? Im kompletten Zaun hier. Oder mal runtergucken, schnell. Und ansonsten... Ach, das ist halt jetzt erstmal fertig für die Folge, ne? Würde ich sagen. Wir haben ja erstmal genug Weg gebaut, ne? Und... Ich wär dann... Ach, hier unten fehlt noch Zaun. Seh ich gerade. Ah... Hier unten fehlt noch Zaun. Na gut, das ist jetzt aber hier nicht so wichtig mit dem Zaun. Das können wir, ähm... Irgendwann nochmal weiterbauen. Aber mir daheim ist der Zaun wichtig. Ja, das schnuppert schon. Das leckerli, he? Schnuppert das leckerli. Jaaa... Ich wär mich nach dem Baischen... Die Bäume wegknallen. Und viel Zaun bauen am besten. Genau, dann passt das nämlich, gell? Jaaa... Da hast du die Karte verjagt, hm? Da draußen. Hast du die verjagt, hm? Nooo, mein Guter, hm? Du kriegst gleich leckerli, ja? Du musst schnell die Treppen runterlaufen hier, Mensch. So, dann würde ich trotzdem erstmal sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Wenn's heißt, ähm... Zäunebau oder sowas. Also da brauchen wir bestimmt, ähm... Ja, tausende von Zäunen. Aber erstmal die ganzen Bäume halt fällen, ne? Jo, bis zum nächsten Mal. Tschaui!